Hallo? Könnt ihr mich hören? Wer von Ihnen würde jemals ein Telefonat mit Hörte mich beginnen? Niemand? Warum nicht? Weil man sagt, wo bist du gerade genau, das könnte man auch sagen, oder weil es eigentlich auch ziemlich unhöflich wäre, ein Telefonat mit Hörte mich zu beginnen. Dennoch ist es an Hochschulen im Bereich Webkonferenzen gang und gäbe, das Gespräch mit Hörte mich zu beginnen. Daran können wir eigentlich sehr gut erkennen, dass sich Webkonferenzsysteme, die eigentlich mittlerweile selbstverständlich sein sollten, noch immer nicht durchgesetzt haben, beziehungsweise noch immer nicht den alltäglichen Umgang in Hochschulen von Lehrenden, Studierenden und Hochschulmitarbeiterinnen gewöhnt sind. Trotz langjähriger Verfügbarkeit und Forschung gehören Webkonferenzen bis jetzt noch immer nicht zu den alltäglichen Kommunikationsdiensten wie Telefon oder E-Mail. Dabei lassen sich die Webkonferenzen aber vielfältig einsetzen. Lehrende, Studierende und Hochschulmitarbeiterinnen sind damit allerdings oft noch überfordert. Das schlägt sich häufig in Kommunikations- oder Koordinationsproblemen nieder oder zum anderen beim Umgang mit der Technik oder das einfach das Wissen über welche Werkzeuge kann ich einsetzen überhaupt und wie kann ich diese einsetzen oft fehlt. Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich bei unserem Online-Info-Abend zum Bachelorstudiengang Aging Services Management. Was ist Ihnen in diesem Beispiel aufgefallen? Genau, Sie haben ein sehr wichtiges Stichwort gesagt und zwar die Begrüßung. Die Personen haben sich nicht vorgestellt. Wir haben uns vorhin auch nicht vorgestellt. Warum nicht? Wir wurden vorgestellt. Aber das ist ein Beispiel, das sehr häufig vorkommt. Und was ich wieder zum Anfang zurückgehen möchte mit Hört ihr mich sehr oft beginnt. Basierend auf Tipps und Erfahrungen an der Ferdinand-Borsche Fernfachhochschule, die mittlerweile in Wiener Neustadt ist, haben wir heute hier für Sie eine Checkliste aufgestellt, die sich mit dem Titel Webkonferenzen gekonnt abzuhalten, die den Titel trägt Webkonferenzen gekonnt abzuhalten und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lehrende, Studierende oder auch Hochschulmitarbeiterinnen, die Webkonferenz-Systeme einsetzen für die Kommunikation oder Koordination, virtuelles Arbeiten, einfach abbildet. In dieser Checkliste finden Sie einerseits erste Anhaltspunkte, worauf zu achten ist bei einer gekonnten Webkonferenz, aber andererseits auch genau die Punkte, auf die speziell zu achten sind. Die Checkliste für die Webkonferenz können Sie auf der Webseite runterladen. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen kurz von der Struktur her. Die Punkte sind chronologisch geordnet. Ganz rechts sehen Sie immer, in welche Gruppe das hineinfällt. Da haben wir drei ausgewählt, Kommunikation, Technik oder Didaktik. Also das zieht sich durch in der ganzen Checkliste. Sie sehen das schon. Und ganz unten finden Sie dann noch einen Punkt zum Thema Troubleshooting. Was kann man machen bei Problemen mit Audio und Video? Diese Checkliste, die ist sehr lange und aus Zeitgründen haben wir leider nicht die Möglichkeit, alle Punkte hier durchzugehen. Wir haben allerdings sechs Punkte ausgewählt, die wir Ihnen nun gerne vorstellen möchten. Der erste Punkt, testen Sie das Webkonferenz-Tool. Nehmen Sie sich Zeit, um alle Features wirklich kennenzulernen. Die Webkonferenz-Systeme sind alle ähnlich, aber alle auch ein bisschen anders. Und wenn Sie sich schon einmal alles angeschaut haben, tun Sie sich viel leichter, wenn es dann Zeit ist, eine Webkonferenz zu planen. Testen Sie am besten alle Features durch. Insbesondere aber die Audio- und die Video-Einstellungen. Falls Sie nicht ganz sicher sind, wofür Sie manche Tools verwenden können, schauen Sie am besten ins Internet. Bei den meisten Webkonferenz-Tools gibt es da im Internet Tutorials, die Ihnen dabei weiterhelfen können. Der nächste Punkt, definieren Sie Ablauf, Inhalte und Ziele. Dabei geht es um die Frage, was für Themen sollen denn behandelt werden. Sehr hilfreich ist es, sich eine Agenda zusammenzustellen, um dann bei der Webkonferenz wirklich auch etwas in der Hand zu haben. Falls man den Faden verliert oder sich verzettelt, überlegen Sie, was das Ziel der Webkonferenz ist. Soll das ein Austausch sein, ein Vortrag, eine Sprechstunde, eine Videoaufzeichnung, Gruppenpräsentation wäre eine weitere Möglichkeit, eine Übung oder vielleicht gar ein informeller Austausch? Mit Webkonferenzen kann man wirklich sehr viel machen. Überlegen Sie auch, was für ein Format die Webkonferenz haben soll. Also zum Beispiel ein Text-Chat, ein Video- und Audio-Chat oder eine Präsentation. Worauf Sie achten sollten, ist, dass TeilnehmerInnen bei Webkonferenzen leichter ermüden. Es wäre daher zu empfehlen, die Webkonferenz nicht länger als für 60 Minuten anzusetzen. Dadurch kann verhindert werden, dass Ihnen die TeilnehmerInnen eventuell abdriften oder dann beginnen, im Internet zu surfen oder sich beginnen, ihre E-Mails durchzulesen, was bei einer Webkonferenz nur einen Mausklick entfernt ist. Ebenfalls wichtig ist es, das Level der Interaktivität festzulegen. Am besten ist es nämlich, Sie bestimmen, wie viel Interaktivität es gibt bei der Webkonferenz. Das können Sie machen, indem Sie zum Beispiel mündliche Fragen einbauen oder im Chat beziehungsweise Abstimmungen und Umfragen einbauen. Die können Sie sowohl zu inhaltlichen Themen stellen, beziehungsweise auch einfach nur, um eine Rückmeldung zu erhalten, ob die TeilnehmerInnen folgen können, beziehungsweise ob Ihnen das Meeting gefällt, ob das auch alles passt für Sie. Interaktive Elemente, nur ein Tipp von unserer Seite, sind gut, wenn es da alle 10 Minuten welche gibt, einfach damit die Studierenden am Ball bleiben und wieder irgendwas tun müssen, weil dann sind Sie auf jeden Fall wieder da. Falls möglich, holen Sie sich alle 8-15 Minuten auch ein Feedback ein von den TeilnehmerInnen, um zu schauen, wie es denn so läuft. Die Interaktion, beziehungsweise das Level der Interaktion wäre der nächste Punkt. Überlegen Sie sich, wie viel Interaktion es geben soll und wie die ausschauen soll. Also Video, Audio und der Chat, wie soll das verwendet werden? Sollen alle TeilnehmerInnen ein Video teilen können? Sollen alle TeilnehmerInnen auch reden dürfen? Beachten Sie dabei, dass bei einer schlechten Internetverbindung mit niedriger Bandbreite es zu Problemen kommen kann, wenn viele TeilnehmerInnen gleichzeitig Audio und Video Stream teilen. Überlegen Sie sich daher, ob es wirklich sinnvoll ist, dass alle TeilnehmerInnen Sprechrechte haben oder nicht. Wenn es dann soweit ist, begrüßen Sie die TeilnehmerInnen der Webkonferenzen. Denn nichts ist irritierender, als in einen Webkonferenzraum einzusteigen, wo Stille herrscht, ein Schweigen. Keiner sagt etwas bis um Punkt, wann auch immer die Webkonferenz losgehen soll. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel in den Chat einfach hineinzuschreiben, Hallo, herzlich willkommen, in wenigen Minuten geht es los. Damit wissen die TeilnehmerInnen dann zumindest schon mal, okay, ich bin hier richtig, das passt und sicher geht es auch bald los. Wenn das TeilnehmerInnen sind, die sich noch nicht kennen, empfiehlt es sich eine kurze Vorstellung Runde zu machen. Am besten in der Reihenfolge der TeilnehmerInnen Liste, also von oben nach unten. So könnte man zum Beispiel auch gleich testen, ob auch wirklich bei allen das Audio funktioniert, ob alle einander hören können oder nicht. Auf lange Vorstellungsrunden ist es besser zu verzichten und es ist besser, da gleich ins Thema einzusteigen. Was wir da empfehlen, sind sogenannte Icebreaker, die sollen mit dem Thema per se nichts zu tun haben. Das wären so Sachen wie, wo kommen Sie her, was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster sehen, wie ist das Wetter gerade bei Ihnen. Also klassischer Smalltalk, um einfach das Eis zu brechen und diese initiale Beklommenheit ein bisschen demgegen zu entwirken. Was auch sehr wichtig ist, sind Kommunikationsregeln. Worum geht es dabei? Da geht es darum, wie miteinander kommuniziert werden will. Und da ist es sehr wichtig, das am besten gleich am Anfang der Webkonferenz festzulegen. Also gleich zu sagen, so werden wir hier miteinander kommunizieren. Wie werden zum Beispiel Fragen gestellt oder wie soll der Chat verwendet werden? Kann man sich jederzeit zu Wort melden oder was für Dinge sind nicht okay? Also wie wollen wir nicht miteinander kommunizieren? Und was auch sehr gut ist, eben da gleich festzulegen, zum Beispiel wenn man eine spezielle Vorliebe hat, zu sagen, okay, der Chat, den bitte nur für technische Probleme oder zum Sammeln von Fragen der Vortragenden oder als Ergänzung zum Vortrag. Je nachdem, wie es für einen selber gut passt. Als Veranstalter, Veranstalterin ist es sehr, sehr wichtig, den Chat auch immer im Auge zu behalten beziehungsweise gegebenenfalls diese Aufgabe an einen Moderator oder an eine Moderatorin abzugeben, damit auch keine Fragen untergehen, denn das führt oft zu Frustration. Ein Tipp noch von unserer Seite. Fragen Sie am besten nach, ob es von Ihrer Hochschule eventuell so eine Richtlinie schon gibt für Online-Veranstaltungen, die eben schon festlegen oder Tipps geben, wie man am besten online kommuniziert. Ja, Dani? Jetzt haben Sie hier von uns so Regeln erhalten, ein paar Punkte erhalten, die mögen für Sie vermutlich selbstverständlich sein. Oder ich habe hier mitbekommen, dass sehr viele aus E-Learning-Abteilungen sind und für die ist das nichts Neues. Wir haben die Erfahrungen gemacht, für uns ist das auch nichts Neues. Wir haben gemeint, okay, es ist selbstverständlich, Teilnehmer zu begrüßen. Es ist selbstverständlich, dass wenn Teilnehmer in den Raum kommen, dass man nicht schweigt. Allerdings hat sich beim Umgang mit den Web-Konferenz-Tools und bei dem, was wir bei unseren Lehrenden gesehen haben, gab es gerade immer wieder im Zuge der Nervosität immer wieder solche Dinge. Sie haben einfach zu begrüßen vergessen. Sie sind zum Teil, es gibt ein Beispiel, wo Lehrende eine halbe Stunde im Raum vor sind, nicht sagen, warten, bis es beginnt. Also das, was Sie jetzt gehört haben und was Sie auch in dieser Checkliste finden, das sind Dinge, die wir auch aus unserer Erfahrung mit Ihnen teilen wollen. Und es sind mitunter Dinge, wo man der Meinung ist, dass sie selbstverständlich sind, aber die halt, wenn wir nervös sind, vergessen werden. Ja, Sie haben jetzt auch gesehen, dass der Erfolg von Web-Konferenzen auch nicht nur technischer Natur ist. Sehr oft wird gesagt, das ist doch alles nur die Technik, es ist die Technik. Nein, es sind mehrere Faktoren und dazu gehört auch die Kommunikation und die Didaktik, wie Sie bei den Punkten gesehen haben, die Ihnen meine Kollegin vorgestellt hat. Und wie Sie in der Checkliste auch sehen werden, gibt es da ganz viele Dinge, die eigentlich auf Kommunikation oder auf die Didaktik basieren. Ja, noch befinden sich die meisten Hochschulen in einer frühen Phase, die Potenziale zu entdecken. Wir sind uns aber sicher, es wird nicht mehr lange dauern, da werden die Web-Konferenzen einfacher Kommunikationsdienst sein, wie Telefon oder E-Mail. Und deshalb wollen wir Ihnen jetzt auch noch zwei Handlungsempfehlungen, die wir aufgestellt haben, mitgeben. Und zwar, damit Sie sich darauf vorbereiten können, wenn es zu diesem Einsatz kommt. Hinsichtlich Fortschritt und Innovation ist es wichtig, nicht fortwährend nach weiteren neuen Einsatzszenarien zu suchen, sondern die gut funktionierenden zu Best Practices auszubauen. Dies ermöglicht Erfahrung zu sammeln und im eigenen Arbeitsumfeld einsetzen zu können. Also das ist etwas, was wir sehr oft gesehen haben, es bietet sich wirklich an, Dinge so zu perfektionieren, dass sie funktionieren. Und nicht sagen, wir probieren jetzt das aus, wir probieren noch das aus, wir probieren das aus. Wir empfehlen immer den Lehrenden, probieren Sie das mal so lange aus, bis Sie sich sicher sind. Wenn das klappt, dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Und wir sind damit eigentlich ganz gut bisher gefahren, wenn ich das so sagen darf. Ja, und es sollen technische sowie personelle Ressourcen geschaffen werden, die eine entsprechende Unterstützung für eine erfolgreiche Umsetzung von Web-Konferenzen ermöglichen. Dadurch können innovative Konzepte erfolgreich realisiert werden und weitere Einsatzszenarien erkundet und für den eigenen Kontext übernommen werden. Ja, ich glaube, dazu haben wir in unserem Beitrag sehr viel gesagt. Wir sind jetzt hier mit dieser letzten Handlungsempfehlung, mit dieser zweiten Handlungsempfehlung auch am Ende von unserem Beitrag angelangt und würden uns freuen, wenn Sie uns noch die ein oder andere Frage stellen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020